Im Newsletter 153 laden wir Sie am heiligen Morgen, also am Montag um 10 Uhr, ganz herzlich zu Sekt und Ceviche ein. Und wir sind auch zwischen den Feiertagen und während der Weihnachtsferien für Sie da. Ceviche ist ein nur mit Limettensaft zubereiteter Saibling, der, wie auf unser Holz, aus der direkten Nachbarschaft kommt. Weil nicht zuletzt Berliner Kunden das so schätzen, zeigen wir aus deren Fotoserie ein kleines Video über die perfekte Küchenmontage mit Keramikarbeitsplatte. Eine andere Kundin braucht Platz für ihr neues Sideboard und sucht deshalb einen Fan für diesen edlen Gründerzeitschreibtisch. Im Artikel beschreiben wir auch noch andere Beispiele unseres nachhaltigen Serviceangebots vom Nachölen bis zum Umbau. Wir zeigen ein paar Impressionen vom Tag des Schreiners im Video und unsere Sophia hat ein allseits bewundertes Säulenmöbel an der Meisterschule erschaffen. Noch mehr Inspirationen über die unendlichen Möglichkeiten der Einzelanfertigung bietet unsere aktualisierte Seite über Barschränke. Wir bedanken uns für die vielen Fragebögen zu unserem Jubiläumsbuch und haben die ausgelosten Gewinner der Preise im Text aufgezählt. Besonders gefreut haben wir uns über die Durchschnittszufriedenheitsnote von 1,4 und den Artikel im Magazin der Nürnberger Zeitung über unsere besondere Geräteauswahl in den Massivholzküchen. Zu diesem Bräter von Miele bekommt man den Domdeckel bis Silvester noch kostenlos dazu und speziell für großen Fisch am Tepanjaki haben wir unsere neue Lieblingspalette von Dulheron aus Paris auch für Sie mitgebracht. Außerdem sind noch zwei überlieferte Zudecken und andere Kleinigkeiten bis hin zum Sofa im Sonderangebot. Besuchen Sie uns auch zwischen den Feiertagen und genießen Sie die stille Zeit, danach wird es dann auch wieder ruhiger. Schöne Weihnachten! Schöne Weihnachten!